Hallo und willkommen zu einem kleinen Angezockt von The Binding of Isaac Debuff. Das ist so ein kleines, ja, Fan-Game. Es ist sehr kurz, deswegen auch nur ein Angezockt. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Und die Musik ist echt schön, man. Hallo Gegner. Oh cool, ein Schlüssel. Ich glaub da bringt uns noch nicht mal was. Oh, das sieht so doof aus. Okay. Ich hab keine Ahnung wie weit das spiegelt, aber ich glaub das ist... Ob es nur diese Ebene. Ebene. Keine Ahnung. Ich hab übrigens alle The Binding of Isaac Teile. Das heißt, es könnte noch ein Video kommen dazu. Aber ich spiel's eher privat, weil... keine Ahnung. Es ist einfach so, oh Gott. Ich weiß nicht, wie in die Wand läuft hier. Was ist das? Moment. Oh. Okay, oh Gott. Geht weg. Okay, jetzt geht die tot. Yay. Geht weg. Ach, Manu. Neue Runde. Da. Ja. Das ist die... Da sind die Krabbits. Los geht's. Oh nein. Au. Das tat ein bisschen weh. Hallo du. Ah, ich muss echt gucken, wie ich das in ein Video reinschneide. Weil das Fenster ist sehr klein. Oh Gott. Oh Gott. Geht weg. Ah. Ich bin in Ruhe. Ich bin gleich wieder tot. Oh no. Oh. Ah, ein Herz. Was bleibt mit dir? Pack. Richtig auch nicht. Okay, noch ein Herz. Wir haben drei Bomben. Keine Ahnung, ob es Geheimraum gibt. Oh. Lauf ab. Okay. Okay. Noch kommt es ein Geheimraum gibt, aber ich glaube nicht. Er sieht nicht so aus. Dann lass es einfach sein. Aua. 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 Stopp. Das geht so nicht. Das kann ich dir im Ernst sagen. So. Und eine Bombe. Die behalte ich lieber für den Boss. Oh nein. Oh, die Sound sind echt toll. Und jetzt? Vielleicht ist da doch ein Geheimraum. Vielleicht... Nein, was habe ich denn da? Ach. Das ist so dumm. Ne, ich glaube es gibt keinen. Und alle Bomben wahrscheinlich. Los. Die Sicherung ist auch etwas gewöhnungsbedürftig. Oh, eine Münze. Oh Gott. Nicht treffen, bitte. Die gucken so traurig. Wie viel Range habe ich eigentlich? Okay, nur den kompletten Raum verteilt. Alles ja. Gut. Die gucken so traurig. Oh, eine Bombe. Okay. Oh. Der erste Blitzkampf. Okay. Bombe verstandelt. Ich bin aber auch echt scharf. Okay. Mal gucken, ob ich die irgendwie teile. Oder wie ist das gemacht? Okay, also den hinten habe ich ja jetzt zerstört. Oh Gott. Oder ist es nur hinten nicht... Ja. Okay. Dann ist das... Nicht so wie im echten Isaac, aber ähnlich. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Und der ist auch tot, oder der ist auch? Okay. Okay. Hey, wir sind der Gewinner. Gut. Das war ja ein ganz cooles Minispiel. Und damit sagen, sehen wir uns beim nächsten Abend. Wir zocken als Play wieder. Ciao.